Ich bin nur ein Soundboard oder habe einen Voice-Veränderer in Fortnite. Das wurde mir letztlich in einer Random-Doos-Runde vorgeworfen und es wurde noch viel witziger. Und so etwas passiert mir wirklich die ganze Zeit. Es ist einfach nur unfassbar witzig. Das Ganze findet ihr in diesem Video hier raus. Und wenn ihr sowas mal live miterleben wollt oder sogar mitspielt, checkt gerne mal den ersten Link in der Bio aus. Ich bin so gut wie jeden Tag live auf Twitch, also gerne mal abchecken. Und für den ultimativen Support, lasst ein Like und ein Abo auf dieses Video da, um nichts mehr weiteres zu verpassen. Wenn ihr wirklich Ehre habt, dann tragt ihr noch gerne meinen Creator-Code Broke im Item-Shop ein. Es sind sieben Buchstaben, kostet euch zwei Sekunden. Hust an jeden Einzelnen, der das von euch macht. Und jetzt würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr lange rum. Wir gehen rein ins Video, gönnt euch meinen Voice-Chat und abfahrt. Danke, Broke. Nein, nein, nein. Let's get a Broke, AJ. Nein, Broke, nein, nein. Broke, danke für den Aus. Vielen, vielen Dank. Wenn man ein bisschen Spaß beim Zocken hat, dann hat man alles richtig gemacht. Chat. Oh, oh Gott. Hallo, moin. Hallo. Moin, was geht? Hey, ich sehe gerade, wir haben einen gemeinsamen Freund. Hey, wie cool, wen haben wir denn? Henry. Wer ist Henry? Das ist eine gute Frage. Äh, willst du einen Voice-Changer? Was, was ist Voice-Changer? Warum hast du einen? Habe ich nicht, warum, was ist das? Ah, nee. Hey, warum habe ich Voice-Changer? Ja, man hört das schon ein bisschen. Hören, hören, nein, warum hört man das? Ja, ist eine gute Frage. Also ich höre keinen Voice-Changer. Sicher? Sicherlich, sicherlich. Okay, ey, wo landen wir? Ganz, 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 ganz sicher. Ja, was soll ich denn sagen? Achso, Voice-Changer könnt ihr ja alles sagen, nevermind. Ey, wo landen wir jetzt? Rentless hier, oder? Äh, ja, das kannst du. Okay, komm. Warum, warum glaubst du Voice-Changer? Woran liegt das? Äh, klingt einfach so. Ich weiß nicht. Das ist groß. Ich glaube, dass deine Stimme einfach so ist. Ah, 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 ah. Das ist jetzt ein bisschen Shaming von meiner Stimme auch an der Stelle. Das merkst du aber ein bisschen, oder? Ah, nee. Bist du gut in Fortnite? Du kannst mich echt weh... Hä, warte mal. Weiß nicht. Also gerade eben hast du mir doch gesagt, ich habe Voice-Changer. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, nee, man hört irgendwie schon ein bisschen deine Stimme da raus. Ähm. Okay, wenn du sagst. Du kommst. Hast du Voice-Changer an? Sei aber ehrlich. Oh. Nee, hab ich nicht. Starker Fortnite-Spieler, wow. Wow. Ich habe nicht genug Geld für den Voice-Changer, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch kein Geld für den Voice-Changer. Hier ist ein Gegner. Ich habe ihn. Ah, er ist kurz vor 1 AP. Das Gute ist, der wirft so ein Item auf mich. Das macht aber nur Blutschild weg und ich habe gar keins. Also kann das auch nicht wegmachen. Oh, ich bin tot. Oh ja, cool. Och, Mann. Okay, jetzt musst du carryn. 0-0, Mr. Gurkiris. Ein was? Er hat so 1 AP. Ja, let's go. Du bist der Beste. Warum denkst du jetzt, dass ich Voice-Changer habe? Warum sollte ich sowas machen? Ah, ja. Klingt ja noch ganz komisch. Ja, aber warum komisch? Beschreib mal ein bisschen. Ich bin da ganz verwirrt jetzt. Hast du noch nie so gehört, wie jemand einen Voice-Changer anhat? Nee. Wer macht das zum Beispiel? Ja, eine sehr gute Frage. Nee, habe ich aber schon mal gehört. Schlusswann. Okay. Dann können wir mal Henry fragen. Oder Henry? Nee, wie hieß er? Ich weiß es gar nicht mehr. Unser Freund, den wir jetzt noch mal haben. Wie hieß er denn? Henry, Henryk? Henry? Henry? Okay, Henry. Zockst du ab und zu mit Henry? Ah, ja. Okay. Ich bestimmt auch. Ich weiß es gerade nicht. Was gibt es zu machen? Ich komme mit dem Verarschwerb. Nein, nein. Ich komme mit dem Verarschwerb. Du verarsch mich gerade. Du verarsch mich gerade. Nee, 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 nee. 00 Mr. Gurkenriss. Du nimmst mich hops, obwohl ich gar nicht hops genommen werden kann. Weil ich einfach ganz normal bin. Ich bin jetzt gestrayt hier. 30. Oh, der eine fliegt da. Wie sie machen wir das? 28. Cracked. Er ist cracked, gell? Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, aber ich hätte ihn nicht mehr. Ach, hier. Da hinten war noch ein Gegner. Ich habe ihn geconnected. Ich habe ihn instant connected. Insta connect. Oh, 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 oh. Oh, man. Er ist instant durchgetrunken. Gleich white. Man, ich muss den Götter mit dem Schocker füllen, gell? Oh, nein. Der ist so schlecht. Ich bin tot. Oh, ja. Das war cool. Och, nö. Der Arm, ey. Schade. Ey, Mist. Hier vorne ist ein Lama. Lami. Aber ich habe es nicht gefühlt, dass du ein Streamer bist. Was? Kann es sein, dass du ein Streamer bist? Nein. Ich habe doch dich schon vorhin getragen. Nein. Meine Pizze ist so scheiße, um zu streamen. Mano, nö. Nö, 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 nö. Mr. Goodman ist. Ja, in der Tat. Aber wärst du gerne Streamer? Ne. Okay. Hier vorne Gegner. Hier. Instant. Er ist im Berg darunter gesprungen. Direkt hinter meinem Marker. Aber eigentlich müsste er da down sein. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist er. Der ist tatsächlich lockt. Nein. Der Arme. Ich habe übrigens mehr Kills als du. Was sagst du dazu? Nur Mr. Goodman ist. Ja. Ne? Ich lasse dich gerade mehr Kills haben, gell? Okay. Okay. Danke dir. Ich will schauen, was du kannst. Ja, komm. Hab ihn cracked, hab ihn cracked, hab ihn cracked. Ein AP. Zu oben, oder was? Hab einen One Pump. One Pump, One Pump. Better, better, better. Komm mal runter. Hallo, wir gucken mal runter. Ah, guck ich hier. Hab ich gefunden. Ah, ne, hab ich nicht. Hab einen noch. Okay, jetzt hab ich gefunden. Hab noch einen One Pump. Noch einen Tod. Das brauchst du hier eigentlich, oder? Äh, ja. Du bist ein guter Mate, hey. Du gibst die Callouts. Okay, pass. Okay, da bin ich dabei. Let's go, weiter geht's, weiter geht's. Abfahrt. Nein, 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 nein. Die, 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 die wollen uns auch komplett. Nein, ich bin da. Die kommen dann wieder runter. Nein, der One Pump mich. Ah, du hast ihn geholt, oder? Ja. Weil du, weil du Macher bist. Ja, in der Tat. Maybe, äh, rest du mich und er rest der Mate, wenn du schnell machst. Ah, ich bin... Rest einfach schnell, dann geht er vielleicht auch für den Rest. Nein, geht er nicht, geht er nicht. Ja, ne. Witzige Story. Oh, mein Gott, du bist der Beste. Let's go. Hey, wie leben wir noch? Oh, nee. Komm, du ballerst ihn. Also, die haben's schon ganz schön. Ja, die müssen wir Mr. Goodwin. Oh, cool. Ich muss es jetzt den Leuten schon mal zeigen. Ah, Junge. Das gefällt mir nicht. Oh, mein Gott. Ey, shit. Aber sag Henry liebe Grüße von mir, ja? Ey, Jack. Was war das denn? Wie random. Ach, Mann, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das doch alles nicht mehr. Ich kann das doch alles nicht mehr.